So, ähm, ja, und jetzt? Muss ich den hier irgendwie rauslassen? Vielleicht? Nein, 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 nein. Ah, okay, Typ ist raus. Wir haben eine Nachricht. Wird. Alles klar. Gut, dann nehme ich doch mal unsere Spä-Dings-Drohne, wie auch immer die jetzt hieß. Oh, ich kann aber keine Pipels damit überfliegen. Das ist natürlich schade. So, hier. Frissbomben. Scheiß Menschheit. Okay, wo kommt unser Flieger? Der ist scheinbar ein wenig länger unterwegs. Da. Bam. Okay, kann ich vielleicht das Schiff hier auch direkt mal mit versenken? Oh. Ja, das hat natürlich super funktioniert. Ja, komm, nehmen wir mal hier so ein Patrouillenboot und testen das mal aus. Okay, das reagiert ein wenig träge. Wobei ist natürlich eigentlich nur logisch für ein Wasserfahrzeug, dass man da nicht sofort hier rückwärts, vorwärts und so. Aber, ja, so ganz überzeugt mich das jetzt nicht von der Feuerkraft her. Von daher werde ich hier mal unseren anderen Phönix nehmen. Und dann versenken wir doch erstmal hier den Zerstörer. Und, ja, ich weiß gar nichts. Müssen wir dann alles hier zerstören? Oder war das nur das Schiff? Okay, das Schiff war es schon mal nicht. Dann müssen wir vermutlich alles dem Erdboden gleich machen. Okay, das sind alles Zivilgebäude. Ich würde sagen, ich kümmere mich erstmal um alle Gebäude und Einheiten, die auch zurückschießen können. Zum Beispiel diesen Slayer hier. Stirb! Oh, 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 oh. Powerarm. Ausgezeichnet. Wow, 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 Raketenpanzer. So, dann holen wir den Slayer hier nochmal eben. Und den Privenz. Treffen müsste man natürlich können, das soll sehr hilfreich sein. Und da ist noch eine Raketenstellung. Stirb! So, da, oh nein, haha, halt, Gläserturm, ich wollte gerade sagen, das war's denn auch schon, aber hier steht ja doch noch was, so, hier weg mit den Hafenanlagen, was auch immer das darstellen soll, Kräne oder, ja, keine Ahnung, oh hier, der Wachtturm, weg damit, und keine Ahnung was das ist, aber auch weg, und weg mit dem Slayer, Ach shit, da ist unser Power-Up wieder zu Ende, so, was schleicht sich hier noch rum, achso, das ist der Jeep da hinten, der hier gerade versucht, den spielbaren Bereich zu verlassen, das war das hier alles, äh, ah, ich hänge an dem Gebäude die Westhöfe, so, Dann würde ich sagen, ich hacke mich doch hier nochmal eben rein, und dann, achso, das Gebäude da vorne muss noch weg, und dann müssten wir hiermit auch wieder durch sein, nehme ich mal an, Ah, shit, ich hab, na toll, Eine halbe Sekunde zu früh wieder gestartet, und natürlich den Counter damit abgebrochen, Oh, Entschuldigung, Da hab ich mich verschluckt, So, weg mit dieser Lagerhalle, Und dann bekommen wir sicher eine Nachricht, richtig, Ein Schiff ist aus den zerstörten Docks entkommen, und ist auf dem Weg zu einem Hafen auf dem Festland, Dort befindet sich außerdem eine große menschliche Basis, zerstören Sie beide Anlagen, und warten Sie auf weitere Befehle, Alles klar, So, hier haben wir erstmal ein Patrouillenboot, Dort ist noch eins, ja, genau, So, die haben uns nichts entgegenzusetzen, da sind noch ein paar Patrouillenboot-T, Und ich meine, Airbus müsste ja noch ein Zerstörer sein, oh, Power-up, Dann warte ich nochmal auf Nachschub, Dann können wir direkt unsere Raketen mal einsetzen, So, Oh, da, ein Senkrechtstarter, Tja, das war der Senkrechtstarter, Der hatte nicht so viel zu melden hier, So, und scheiße, da ist schon wieder der Bildschirm ausgegangen, Ich seh nichts, ich seh nichts, ich seh nichts, Ach, scheiße, Power-up mal wieder knapp verfehlt, Professionell, Naja, So, ich versuche mal dran zu denken, die Maus ab und zu zu bewegen, aber, Ja, irgendwie im Eifer des Gefechts, Vergisst man es dann doch immer wieder, So, unsere Raketenmunition geht auch wieder zur Neige, Vielleicht kann ich mal eben das Nachschublager hier links unauffällig anzapfen, Ich weiß nicht, geht das, ohne dass mich hier jemand merkt, Ähm, ja, funktioniert, alles klar, Oh, Mann, wir werden beschossen, aber, Okay, die treffen nicht mich, sondern das Gebäude unter mir, Das soll mir aber relativ egal sein, Nachschub ist ja angefordert, von daher brauchen wir es sowieso nicht mehr, Oh, ah, Power-up, nein, komm, da direkt rüber, ja, So, da ist Munition, aber die kriegen wir jetzt ja sowieso, wobei, dann verballer ich die doch noch mal eben, Und wir haben eine neue Nachricht, war's das schon? Man weiß es nicht, sehen wir doch mal nach, Bewegen Sie sich nach Nordwesten und zerstören Sie den, äh, die Satellitenanlage und das Kraftwerk, Um sämtliche Transaktionen in diesem Gebiet für immer zu beenden. Alles klar, zerstören wir das Kraftwerk, wo ist es denn? Da ist auf jeden Fall schon mal ein Dragoon-Panzer und ein Laserpanzer, auch direkt. So, erst mal weg mit dem Laserpanzer und vielleicht auch direkt mal weg mit dem Verteidigungsstellung hier. Ah, direkt neues Power-up, das gefällt mir sehr gut. So, das dürfte dann das Kraftwerk sein. Weg mit dem Hubschrauber, weg mit dem, äh, Dings hier. Faktisch wäre es natürlich, wenn ich jetzt einfach nur das Kraftwerk zu zerstören müsste und dann gibt's hier eine mega fette Explosion, die dann den Rest der Einheiten einfach vernichtet. Aber, tja, wir sind hier ja nicht beim Wunschkonzert. So, das hier weg und die Satellitenanlage weg. Und das war's dann, glaube ich, oder? Alle Missionsaufgaben wurden erfolgreich ausgeführt. Ein entsprechender Vermerk wurde in ihre Akte aufgenommen. Alles klar. Weiter geht es mit Mission Nummer 9, die uns wohin führt? Nach Mexiko. Ich habe den Militärfunk der Menschen überwacht und herausgefunden, dass sie eine Armee in Nordmexiko aufstellen. Sie werden versuchen, mit dieser Streitmacht Nordamerika zurückzuerobern. Sie müssen diese Armee zerstören, bevor sie uns angreifen kann. Ich werde ihnen den genauen Standort mitteilen, sobald ich ihn habe. Wir beginnen mit einem Treebike, einem Panzerwagen, zwei Phoenix, zwei MK1-Läufer und einem Shuttle. Ein menschlicher Spionagesatellit ist in diesem Gebiet abgestürzt. Er enthält vielleicht wichtige Informationen. Finden Sie diesen Satelliten, bevor die Menschen es tun. Und sichern Sie ihn, damit ich die Datenbanken auswerten kann. Alles klar, machen wir doch. Ja, nehmen wir doch mal wieder hier unseren MK1-Läufer. Nee, nee, nee. So, da ist schon direkt der erste Slayer. Stirb! Der hat aber auch direkt Reparatur wieder fallen lassen. Von daher haben wir insgesamt keinen Schaden genommen. So, direkt voraus. Eine Raketenstellung. Tja, die kann uns nicht gefährlich werden. Wir sind am Boden, aber vorsorglich werde ich sie mal entfernen. Oh. Ein Panzer, sehr gut. Und unser Ziel liegt hier oben. Kann ich hier rüber von... Oh doch, kann ich doch. Alles klar. Okay, ich werde von zwei Laserpanzern hier bewacht. Boah, nicht nur das. Hier ist ein Slayer und ich glaube da links war noch ein Slayer, wenn ich das richtig gesehen habe. Ah, nicht auf den Satelliten schießen. So, hier den Slayer beseitigen wir doch nochmal eben. Und dann lesen wir unsere Nachricht. Ich habe mit der Analyse der Datenbanken des Satelliten begonnen und ungewöhnliche Daten entdeckt. Ich werde die Analyse fortsetzen. Außerdem konnte ich den Standort der Basis östlich der Absturzstelle ermitteln. Zerstören Sie sie. Gut. Ja, wir sind schon auf dem Weg zur Basis. Die ist, so wie es aussieht, gleich hier links. Aber erstmal räumen wir hier nochmal eben auf. Denn ich vermute mal, wir müssen gleich nochmal mit einem der Phönixe hier zu Hilfe eilen. Denn dieser Läufer wird das alleine wohl eher nicht schaffen. Es sei denn, wir kriegen hier vielleicht noch einen Power. Oh! Wenn man vom Teufel spricht. Da haben wir ein schönes, fettes Power-Up. Ja, damit könnte die Basis dann vielleicht doch schon Geschichte sein. Vor allen Dingen nochmal mit dem Panzer hier. Beziehungsweise mit der Panzerung. Sollte man ja besser sagen. Ja, Laserpanzer. Ne, Moment, Lasertürme, kein Laserpanzer. Slayerpanzer. Slayerpanzer, stirb. What? Gut, ich würde sagen, unauffällig schlage ich mich hier mal eben ran. Oh. Äh, warum kann ich nicht? Ja. Geht doch. Ähm, ja, keine Ahnung, warum das eben nicht ging, als ich da rückwärts ran gefahren bin. Okay, der Panzer sieht uns nicht. Glück gehabt. Nachmittag unterwegs. Der hätte sonst, äh, hier mal eben ganz fix auslöschen können. Aber scheinbar hat der Fahrer uns nicht gesehen. Aber ist ja auch verständlich, in so einem Panzer hat man ja auch relativ eingeschränkte Sicht. Ich bin zwar selber noch nie Panzer gefahren, aber, naja, man kennt das ja aus Film und Fernsehen. Was ich übrigens ein bisschen komisch finde, dass, äh, diese Raketenstellung jetzt nicht unseren Nachhub, äh, Nachschubhubschrauber hier angreift, sondern nur, äh, ja, die Einheiten, die wir selber steuern. Achso, äh, wir haben auch eine Nachricht. Der Satellit hat ein Gebiet westlich der menschlichen Basis überwacht. Es scheinen dort Truppenbewegungen stattzufinden. Meine Sensoren können jedoch keine organischen Einheiten erkennen. Bewegen Sie sich nach Westen und gehen Sie der Sache nach. Okay, da ist erstmal mein Laserpanzer, den wir mal ganz schnell hier entsorgen. Und ich glaube, da war noch... Ne, das ist ein normaler Dredou. So, und die Infanterie hier, die erwische ich jetzt dummerweise wieder nicht. Zumindest den einen da nicht. Und den hier auch nicht. Ich laufe mal drüber. Drüberlaufen hilft auch nicht, doch. Zermatscht. Jetzt ist ja nur noch ein kleiner Matschhaufen unter unserem Fuß. Oder, ja, wie nennt man das bei einem Roboter? Fuß? Doch, kann man Fuß sagen, denke ich mal. So, wo kommt denn eigentlich die Basis? So wie es aussieht, ist es noch ein kleines Stück. Da links sind schon mal zwei, äh, zwei Wachtürme. Könnte das der Eingang zur Basis sein? Ich weiß es nicht. Oh, wir haben eine neue Nachricht. So, wir haben die beiden Türme hier weg. Und dann gucken wir doch mal. Ich habe ein Backup-System meines Hauptprozessors entdeckt. Diese W.O.P.R. CPU steuert eingenommene Läufer und Droiden, um sich zu schützen. Dringen Sie nach Osten vor. Zerstören Sie die andere W.O.P.R. CPU und alle abtrünnigen Einheiten. Okay. Oh, Power-Up. Das heißt, äh, Maschinen kämpfen gegen Maschinen, oder was? Die Frage ist nur, wie komme ich denn da hin? Äh, hier? Hier führt ein Weg hindurch. Ne, hier ist... ...falsch. Äh, okay, keine Ahnung, ist mir jetzt zu doof. Ich nehme jetzt unseren Phönix. Oh, ich stecke im Arsch von dem anderen Phönix fest. Klasse. Klasse. Klasse.